Geht schon gut los. Ich werde natürlich versuchen, in solchen Szenen, auch wenn sie lange gehen, möglichst nichts zu sagen. Das macht die Stimmung kaputt. Episode 1 Realm of Shadows Die Banditzen benutzen Stolen GCPV Batterie Rampen, um ihren Weg in. Mit Breakin-Inventry-Instrategien um 40% über das letzte Jahr. Remember, dass die Front-Doors locken heute Abend. Und wir haben eine brekende Worte heute Abend. 5 Kriminale sind in Verhandlung dieser Nacht, nach einem Breakin-In in der Stadt Halle. Der Notoröser Batman war auf der Szene, aber nicht verabschieden die Stolen-Innen. So, endlich dürfen wir auch mal rumlaufen. Wer schon mal ein Telltale-Spiel gespielt hat, weiß natürlich, dass man sich alles mögliche angucken kann. Das sind offensichtlich die Tickets, die seine Eltern gekauft hatten, also bevor sie dann erschossen wurden in der Gasse. Codex. Oh, hier können wir uns einiges angucken. Werde ich jetzt mal lassen. Dataport. Okay. Okay. Nearly fell off a building for this. Let's find out what was so important. Let's find out what's so important. In front of a computer. I'll leave as soon as I finish. People with regular jobs can do their work anywhere, but for me, this is my office. I agree, it isn't normal work. Even worse, the best outcome is that no one ever finds out you've done it. Yeah, well, good deeds usually go unnoticed. Yeah, well, good deeds usually go unnoticed. Uh, no, not unappreciated. Did you find out what that, um, cat woman tried to steal? No, in the process. So, das ist irgendwie eine Karte von Gotham nehme ich mal an. Um, this is a map of the Eastside shoreline, but it could mean any number of things. Money, weapons, drugs, everything flows through that port. Maybe it's where Mayor Hill picks up his dry-cleaning. Hmm. Can't make sense of it yet. There's still plenty of files to decrypt. And in the meantime, I saved you what I could. Thanks, Al. Yeah, the same couldn't be said for the bar. I had to literally pry Mrs. Zeller back away. But you'll be pleased to hear everyone has left. Including Mr. Falcone. Before the game switched from billiards to cutthroat. I'd recommend leaving the fistfights to your alter ego. Bloodstains are much harder to remove from a tuxedo. Yeah. Thanks for the interruption. Well, it wasn't for you, Bruce. I was worried I might drink all my good scotch. For the record, your father despised men like Falcone. Thought they ruined Gotham's stellar reputation. Back when it still had one? It can again, Bruce. No, people like this catwoman aren't helping. Is she new to town? I've never seen her before. Hopefully she's just a tourist. I'll check the codex. So. So. Ah, have we so. Found her. Okay. Also, steht nicht viel mit drin, ne? New criminal on the scene tied to several recent break-ins. She's effective and doesn't leave many clues behind. Currently, the GCPD has no lease. I wish I knew more about her. Ja. Sie ist also mehr oder weniger wie ein Geist. Und abgesehen davon, dass man von denen, wo man sagt, sie sind wie ein Geist, normalerweise gar nichts weiß. Aber, ja. Können wir weiter klicken. Okay, da haben wir dann nur die nächsten Leute. Okay. Not much to find, apparently. Few burglaries, break-ins. Seems to lay pretty low. You could learn a thing or two from her. You can't step outside without it ending up in the news lately. As Bruce or Batman. That's not the point. I want criminals to know I'm out there. Batman isn't hiding from anybody. I was talking about Bruce. I don't mean to beat a dead argument, but... No one's gonna figure it out, Al. Trust me. Miss Vale noticed your injuries. So did Mr. Dent. If they put it together with the incident at the mayor's office, it would undo all the long nights and close calls we've endured to get here. You're in the spotlight more than ever. You have to be careful. I have a job to do. Okay? I have a responsibility to this city. You know why I do this. For the car, I presume. Well, the car helps. Oh yes, you drive that thing like a bat out of hell. Ah, old men worry, that's all. It's our gift and our curse. One more worry for the list. Schön zu sehen, dass Alfred auch in dem Spiel seinen typischen Humor behalten hat. I thought I saw Oz. I thought I saw Oz. What, 20 years? I thought I saw him. Oh, we were in grade school. We were in grade school. Indeed, you two were thick as thieves. Ozzy old, however, took that role more literally than you. Dishonable discharge, illegal boxing matches, arms dealing, prison stents? That's a criminal grand slam, if I'm using the expression correctly. Unfortunately, you are. Ozzy old claimed he only wanted to catch up, but his behavior following his family's collapse is troubling. Why he's returning now, I... I haven't the faintest idea. Do you think he might know something about the breaking? This catwoman shows up around the same time Oswald comes back to town. Might not be a coincidence. Oswald's crimes, numerous they may be, are on a much smaller scale than robbing city hall. Well, he was always trouble growing up, but it's the fun kind of trouble. You both were. Even though you and young master Cobblepot used to be close, I'd advise you to be cautious. But I know you can't abandon a good mystery until it's solved. I'll be careful, Alfred. When you see what's become of his park, I think you will. Das ist übrigens interessant. Der eine oder andere weiß das hier. Cobblepot ist ja der, der später der Penguin wird. Einer der ärgsten Feinde von Batman. Und dass er mit Bruce aufgewachsen ist, ist natürlich interessant. So, wir dürfen wieder rumlaufen. Und haben wir da. Newspaper. Schauen wir mal da drüben. Was haben wir da? Graffiti. Ah, ich wollte aufs Graffiti gucken, Mann. Frechheit. Homeless person. Examine. Gift change. Danke, Sir. Bruce Wayne, Multimilliardär, gibt ihm Kleingeld. Warum nicht ein paar Hunder dazu stecken? Burning Barrel. Ah, großartig. Es ist eine Statue, aber keine Ahnung. Er hat gerade erst geschrieben, er kommt zu spät. Wie kann er dann jetzt schon da sein? Mein Gott. Ich den Kopf benutzen. Smoking and shopping car. Hey. Beat it. Okay. Der mag nicht mit uns reden. Ich schaue mal, ob... Oh, hier gibt es noch einiges zu gucken. Cobblepot Park. Graffiti. Auf die Startuhr gucken wir gleich. Lieber immer alles anschauen. Wenn man etwas bei Telltale weiß, dann... Jedes kleine bisschen könnte ein Hinweis sein, der für das Spiel wichtig ist. Er sieht sehr nach Pinguin aus. Was ist das? Ich schaue mal. Ich schaue mal. Ich schaue mal. Ich schaue mal. Aber das geht durch dich. Hey, du hörst es, Mann. Was hast du denn? Ich schaue mal. 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 Das geht nicht, du schaue. Das geht nicht, du schaue. Du hast, das ist wo du falsch bist. Mein Mann hat noch etwas Ketten. Dieser ist mein Park. Meine. Du hörst sie? Was hast du was? OUCH! OUCH! Hey, Bruce, du hast ein bisschen, äh... Ja, gut wie neu. Wooo, das war ein richtiges Schrapp, oder? Nothing kickstarts das System wie ein Dach von Adrenalin, oder? Besonders, jemand brauchst du mit der Schrappel-Situation hier. Hey, ich könnte das auch selber handeln. Du meinst ein Knife-Handler in der Branche? Weil das wäre, was hätte passieren können. Uh, nichts? Ja, gut. Ja, hat's been, was? 2 Dekade. Und du weißt, was? Ich hab noch niemals gefeiert. Das ganze Zeit. Uh, das war nicht warum ich dich hierher bringe. Right now, ich versuche zu erinnern, die kleine Bruce, die ich mit diesem Ort war. Nachdem, wenn es nicht, du weißt, wie das. Dieses Park? Das war etwas bedeutet. Ein Ort, der sicher ist für Kinder, für Familien. Die Leute kamen von überall zu besuchen. Oh, Mom und Dad, sie haben so viel Arbeit in hier. Es ist ein Schmerz, was passiert. Es war schön, mal. Und jetzt ist es ein Hellhole. Es ist ein Schmerz, was meine Eltern immer gebaut haben. Ah. Diese Stadt schützt einfach durch die Leute. Ah. Mom. Kommit zu Arkham. Dad. Du hast es dir selbst gemacht. Meine Familie ist ein Schmerz. Es gibt nichts mehr, Bruce. Ich weiß. Alfred hat mir gesagt. Es ist lustig, hm? Ich weiß. Ich bin ein Schmerz. Wir gehen in den gleichen Zirkels wie wir. Pfeifen, Vakations-Rund-the-Welt. Unlimited Potenzial. Mein Eltern sind auch weg, Oz. Ich weiß, Bruce. Ich weiß. Ich bin sorry für ihn. Aber ich hatte mein eigenes Schmerz. Ich weiß, dass du dich nicht verändert hast, Bruce. Du bist immer noch etwas mehr als dir selbst. Obwohl ich mich überrascht war, dass ich Carmine Falcone zu sehen war, in deinem Party. Er hat sich direkt nach Hause. Sollte... Falcone war kein Geist. Das ist es. Das ist der Joker-Spruch. Das ist der Joker-Spruch. Der Joker-Spruch. Das ist der Joker-Spruch. Das ist der Joker-Spruch. Und ich bin hier zu lassen. Das ist das für dich. Das macht mich für dich, Bruce. Das ist der Joker-Spruch. in any direction, you break a window that Wayne Enterprises owns. As the rich and powerful go, oh, you Topgop and Bliss. But when my revolution starts, we're gonna smash windows and cross off names all the way down. Like I said, it's not gonna be pretty. It's gonna be beautiful. I'm not your enemy, Oz. That reminds to be seen, don't it? I've got great affection for you, Bruce. I really do. Which is why I'm warning you. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. Good seeing you, Bruce. But I got some rocks to collect. Cheers. Zozo. Zozo.